Man hält sie für kreativ, wenn man getrunken hat. Das kennen Sie auch, oder? Man denkt auf einmal, man ist kreativ. Ich war so betrunken an dem Abend, als ich nach Hause gekommen bin, auf dem Weg nach Hause habe ich ein komplettes Gesellschaftsspiel erfunden. Und das war kein weiter Weg, Freunde. Und das Spiel heißt, kann ich auch sagen, das Spiel heißt Zigarre oder Kackwurst. Zigarre oder Kackwurst. Verloren.